Red Hat Certified System Administrator, abgekürzt RHCSA. Herzlich willkommen zu einer weiteren Session. In der heutigen Session und in den nächsten Sessions werden wir uns gemeinsam über Dateisysteme unterhalten. Und wir starten in diesem Video mit dem Dateisystem XFS. Das heisst, wir werden uns zuerst einmal ein wenig umschauen. Wir werden mit verschiedenen XFS-Befehlen arbeiten. Ich befinde mich auf meinem RHEL-System und ich starte direkt einmal eine Root-Session, damit ich nicht immer mit sudo arbeiten muss. Jetzt verwenden wir lsblk. lsblk zeigt mir die Block-Devices an. Unter anderem gibt es ein Block-Device, sta, unterteilt in eine Partition sta1, eingehängt im Verzeichnis slash boot. Dann gibt es ein Logical-Volume, lvm. Und zwar haben wir hier sta2. Dann gibt es zwei Logical-Volumes, nämlich Root und Swap. Wir sehen auch die Mount-Punkte, das Root-Dateisystem und dann haben wir hier die Swap-Information. Soweit alles in bester Ordnung. Aber wir wissen noch nicht, mit welchen Dateisystemen gearbeitet wird. Da hilft uns lsblk und zwar die Hilfe von lsblk. Abstand, minus, minus, help. Dann erhalten wir die Hilfe. Allerdings ist diese Hilfe sehr detailliert. Das heisst, die Hilfe ist grösser, als dass sie in einer Terminal-Seite Platz hätte. Darum verwenden wir das Pipe-Symbol und lenken das Ganze um in den Pagerless. Jetzt können wir nämlich seitenweise durchnavigieren. Wir sehen nun, wie wir lsblk einsetzen dürfen oder können. Wir haben den Befehl und dann folgen die sogenannten Options. Und weil die Options und auch das Device in eckiger Klammer ist, bedeutet es, es ist optional. Das haben wir gesehen. Wir konnten lsblk aufrufen, ohne dass wir mit Optionen gearbeitet haben oder dass ich ein Device angegeben hätte. Also immer wenn etwas in eckiger Klammer ist, bedeutet es, es ist optional. Mich interessiert nun die Option minus f. Minus f steht für File System. Wir verlassen die Ausgabe mit Q, Ctrl und L, um den Bildschirm in und aufzuräumen. lsblk, Abstand minus f. Und jetzt sehen wir unter anderem das Dateisystem. Wir wissen nun, dass bei der Partition STA1 wird XFS verwendet und der Mountpunkt ist Slash Boot. Dann haben wir hier das lvm rel minus root. Da ist das Dateisystem XFS vorhanden. Einhängepunkt oder Mountpunkt ist das root Dateisystem. Und dann haben wir noch die Information zu swap. Bei diesem lvm wurde mit swap gearbeitet. Jetzt kommen die XFS Befehle zum Einsatz mit XFS Underscore und dann drücke ich zweimal die Tabulator Taste. Dann sehen wir sämtliche XFS Befehle, die uns zur Verfügung stehen. Von XFS Admin bis und mit XFS Underscore Spaceman. Spaceman irgendwie erinnert mich das an einen Song, aber lassen wir das. XFS Info und jetzt verwende ich Slash Dev und dann Slash STA1. Ich möchte die Partition STA1 untersuchen. Das ist diese Partition, welche eingehängt wurde in das Verzeichnis Slash Boot. Drücke die Enter Taste und wir erhalten hier die sogenannten Metadaten. Unter anderem sehen wir das Block Device, dann Attribute, Block Size wird uns angezeigt etc. Mit dem nächsten Werkzeug, XFS Admin, können wir beispielsweise einmal untersuchen, gibt es ein Label bei dieser Partition mit minus L, minus L für ein Label. Escape und Dot wiederholt das letzte Argument. Und ja, es gibt ein Label und zwar Boot. Das können wir selbstverständlich auch anpassen. Was ist in diesem Verzeichnis? Schauen wir uns das Ganze mal schnell an. LS Abstand Slash Boot. Und jetzt sehen wir hier, es gibt zwei Kernel-Versionen. Und zwar haben wir hier einmal die Kernel-Version 5, 14 und 0. Nein, beziehungsweise es gibt im Moment nur eine Kernel-Version. Ich muss schnell genau hinschauen. Wir haben hier Initial RAM FS 5, 14, 0, 162, 6, 1. Ah, da haben wir eine Dump-Datei. Okay, also es gibt eine Kernel-Version, beziehungsweise es gibt noch die Rescue-Version. Die gibt es auch noch. Aber wir haben hier den eigentlichen Kernel und es gibt die entsprechende Konfigurationsdatei dazu. Und hier gibt es eben nur eine. Hätten Sie mehrere Kernel-Versionen, gibt es mehrere Konfigurationsdateien. Es gibt mehrere Initial RAM FS-Dateien. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Kernel, Initial RAM FS und der Konfigurationsdatei. Jetzt verwenden wir UMount und dann Slash Boot. Das heisst, ich möchte diesen Mount aufheben. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt, jetzt verwenden wir wieder XFS underscore Admin. Und jetzt verwende ich ein grosses Minus L, weil ich möchte nun das Label ändern. Das heisst, wir ändern das XFS-Dateisystem Label für das Block-Device oder für die Partition Slash Dev Slash STA1. Und zwar wie folgt. Wir sagen jetzt einfach mal Anführungszeichen und dann Boot minus Part für Partition, also Boot Partition und dann Slash Dev Slash STA1. Mal schauen, ob das funktioniert. Es könnte auch sein, dass dieser Name vielleicht sogar zu lange ist. Drücke die Enter-Taste und nein, wir haben ein neues Label. Hat also bestens funktioniert. Das testen wir selbstverständlich mit der Option minus kleines L. Dann sehen wir, aha, no such file or directory. Naja, funktioniert natürlich so nicht, weil wir müssen hier diesen Teil entfernen. Wir wollen ja nur das Label sehen. Und Sie sehen, da ist das Label. Das funktioniert. Wir haben das neue Label konfiguriert und auch überprüft. Was fehlt, selbstverständlich müssen wir den Mount wieder durchführen. Und Mount Slash Boot. Drücke die Enter-Taste und jetzt wurde der Mount gemacht. Jetzt verwenden wir Mount Abstand minus T Abstand XFS. Dann sehen wir nur jene Mounts, die mit dem Dateisystem XFS arbeiten. Wir haben hier den Mount zum Root-Dateisystem und wir haben hier den Mount zum Verzeichnis Slash Boot. Und wenn Sie beispielsweise die UUID sehen möchten, dann gibt es mehrere Varianten. Entweder mit XFS underscore Admin. Dann minus U für die UUID. Escape und Dot wiederholt die letzten Argumente. Und wir sehen die UUID von Slash Dev Slash SDA1. Oder mit BLK-ID selbstverständlich wird uns auch die UUID angezeigt von SDA1. Wir sehen hier SDA1. Wir haben die UUID. Die ist genau gleich wie diese UUID. Und was wir auch sehen, wir sehen das Label. Das heisst also, wir könnten jetzt in Zukunft den Mount durchführen. Und entweder mit der UUID oder aber auch mit dem Label, weil dieses Label ist ebenfalls eindeutig.